freunde willkommen zu einer neuen runde hier auf dem koma hd server von ja was auch wohl anders ich erwartet ich spielen würde wäre heute mal von minecraft bad was eine neue runde ja das sollten vier vierteams werden ich sehe gerade sind es auch geworden ja mein team ist team rot und ich kenne die map bereits ok da oben ist unser bett wir fliegen auch steine runter was auch immer das werden soll dann werde ich mich immerhin begeben so fliegen von oben steine runter okay das band doch irgendwas verkehrt dann ist klar fliegt ihr alles ein bisschen schräge rüber dann werde ich mich mal hier hinstellen andere kollegen hat ja schon eine braucht sich schon rüber oder zwei so das spieler gestorben hat das ist eine schnelle gut ich werde mir jetzt erst mal kurzen wo es könnte besorgen ich will die kleine mitigen bestellen dann klauen wir noch ein spitzhacken jetzt noch ein paar blöcke den hätte ich beinahe vergessen so ja wir sehen können ich bin mit schäler und und die ist nicht geschafft darüber ok allerdings mit dem paar blöcken schaffe ich es auch nicht ob 24 ist da ein bisschen wenig zum rüber bauen aber ich versuche es einfach mal schauen wie weit ich komme 17 16 denke mal bis zum mittel sollte das reichen wenn ich runter fliege egal ich habe da kaum eine rüstung diese pisch rüstung die ich dann habe die kann sich gleich neu holen es wird aber knapp jawoll das war klar ich wusste schon wenn ich da hingehe ich fliege runter ich sehe schon mal grün hat jemand im team das team verlassen finde ich ein bisschen schade und ja wir sind auf ein neues hoffen dass wir hier wenn wir wirklich nochmal neu okay oh ein goldschwert ist auch schön so dann lassen wir das gold mal da drin jetzt erstmal hier den brustpanzer doch den normalen also kann ich nicht warum ich glaube am einschlag wieder gestorben wegen ich habe doch eigentlich den panzer und an ich glaube aber brustpanzer hatte vergessen daran kann es gelegen haben deshalb wollen wir jetzt sehen dass wir hier so ein paar na vielleicht brauchen wir auch noch mit so haben die sich jetzt rüber gebaut oder nicht es sieht aus als wenn die in der mitte sind ja da kommt auch grün siehst du mal ein rot da ist noch mal grün ein grün ich will aber in die mitte rein so den grün werden die wohl vernichten denke ich mal ich hoffe es auch mal okay das bett von gelb wurde abgebaut das ist ja nicht mein team allerdings hoffe ich jetzt mal dass ich ein bisschen gold sammeln kann aber von der her den blauen habe ich gleich gesehen eben muss ich gleich mal nachher hier das geht nicht ja aber er will fliehen und ist auch gar nicht so langsam jetzt sollte ich ihn einfach durch die mitte raus so ob mein team ist hier ich denke mal das war nicht mein team von welcher ecke kam er nun das war auch nicht mein team heute ja das ist doch ein roter bin ich doch auch ihr seid doch von meinem team mensch da ist doch rot sag ich doch ah es ist schlecht aufgebaut ach und dauernden fallschaden hier aber ich muss erstmal zurück weil gut die fünf eisen die brauchen wir nicht ich werde jetzt einfach mir mal einen bogen schnappen hier mit viermal gold und dann wenn wir noch einen Apfel zur brust nehmen ich denke mal da brauchen wir zwei drei stück so ja das schlimme ist nur durch den auf der anderen hand des schälers das ist nicht ganz so einfach ne ja blau blau ja da ist er doch ja da ist er doch ups die habe ich gar nicht gesehen ein grünes Herz boah schnell hier weg wer schießt gerade mit dem bogen oh oh die roten wollen mich selber abschießen sind die verrückt Leute ich bin doch rot na kian wolfgang genau aufpassen dass du mich nicht abschießt hier ja da sind die nächsten guck mal die versuchen da klar alles ne ich versuche die jetzt da rauf zu kommen ganz nach oben oder was das können wir doch auch das können wir doch auch versucht sich jetzt nach oben zu bauen okay ja so dann werden wir einfach mal sehen dass wir hier ja das ist schon blau den habe ich gar nicht mehr verrechnen gehabt scheiße kann passieren Leute ihr habt es gesehen das kann vorkommen allerdings habe ich jetzt irgendwie gerade ne menge hier sammeln können wofür sind die Sachen hin hallo sind die alle flöten gegangen okay werde ich mir die eisen die blöcke nämlich auf jeden Fall ich muss ja irgendwie noch was haben ich muss ja irgendwie noch was haben besorgen die Halsspitzhacke jetzt als erstes wichtig los Panzer ganz wichtig ohne Panzer und gehe ich nicht nochmal in die Mitte wow aber wir haben noch gar keine Waffe hier nehmen wir erstmal einen Knüppel mit haben wir besser als gar nichts weiß nicht ob ich hier noch nicht so weit eisen ist da auch noch mit drin hat mir ein Level 1 Schmidt gegeben okay jetzt muss ich mir eigentlich noch was zu essen mitnehmen hier also das Steak mit diesmal so was haben wir denn noch das müsste eigentlich reichen also ich das sehe ich spawn da irgendwie ja und kommt dann alle zurück was ist denn los da wo die blauen da oben stehen genau ja blau das kriegen wir auch hin ist kein Problem ich werde einfach mal auf die Seite gehen bei denen ups ich weiß nicht wo die blau rückgegangen ist hey 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 immer mit der Ruhe Freunde den hab ich auch gar nicht gesehen wie kommt der hier rum oh jetzt fall ich auch noch runter was ein Scheiß naja okay unser Bett steht noch und somit haben wir ja noch alles noch drin nichts verloren ist zwar ärgerlich wenn man da hängen bleibt vielleicht soll ich einfach mal hinten bleiben und versuchen mal hier mit einem Schwert zumindest ne das ist doch ein roter das habe ich erst anhand der Schäder ist nicht gerade so gesehen sorry aber das nervt schon wenn die da hinten mit ihren Bögen schießen wo schießt ihr denn dahinter ist doch gar keiner ich kann die blauen hier nicht sehen dann haben sie sich da wahrscheinlich oben versteckt hinter dem Block da oben okay das heißt für mich erstmal auch nicht Eisen sammeln weil ans Gold gibt es ja nicht da komme ich von hier nicht so ran müsste ich wieder in die Mitte gehen so jetzt haben sie schon mal blau vernichtet das Bett okay dann können wir jetzt die blauen eigentlich doch vernichten ich brauche hier erstmal Gold von der Mitte vorausgesetzt der Blau erwischt mich nicht ich sehe ihn schon oben da braucht sich da irgendwas was weiß ich was der das hier noch zusammenbaut hier haben wir noch einen grünen okay der habe ich jetzt noch gar nicht gesehen eben aber so das war der grüne gehen wir auch schnell wieder rein ich wollte ja eigentlich nur das Gold haben hier aber zweimal Gold ist mir ein bisschen wenig aber zweimal Gold ist mir ein bisschen wenig so und die höpfen da hoch und versuchen da Clown zu töten da ich als Sneak hat er mich nicht gesehen ja mein eigenes Team Mensch das kann doch nicht angehen hier wer hat denn diese Blöcke so scheiße aufgebaut hier man ja da muss ich erstmal ein paar Blöcke mitnehmen jetzt und dann sonst wäre das hier gar nichts der Weg ist sowas von falsch hoch gebaut und der hier ist mal ein Fallschaden wollte ich vielleicht mal ein paar Blöcke hinsetzen so als allererstes das schaffe ich noch ein bisschen Bogen mitzunehmen so haben wir eine Rüstung wir haben noch gar nichts das ist nicht gut zumindest erstmal den Panzer hier den brauche ich sonst bin ich ja gleich hin dann packen wir noch den normalen da drauf ich weiß gar nicht was der bringen soll aber ja sieht gut aus aber hilft eh nicht viel so ja schilder hin oder her wenn ich mich hier an die Seite stelle dürfte ich zumindest die blauen treffen können schau mal wir haben nur noch einen blauen so wir haben noch das blau gelb ist schon vernichtet blau hat nur noch einen und hat kein Bett mehr ja die grünen ja da müsste man eigentlich rüber kommen gut also das da rum das wird dann reingepackt 10 mal Eisen auch nicht schlecht da könnte ich mir ja zumindest ein besseres Schwert nehmen brauche ich mir noch ein bisschen was zu essen die sind ja auch nicht von schlechten Eltern wenn man was zu essen mit hat so ein paar Blöcke und jetzt ist die Enderperle auch nicht schlecht ist wirklich nicht schlecht die Enderperle allerdings hätte ich gern ach so was hat der hier gar nicht doch würde ich gerade sagen na nun keine Schafe aber wo haben wir denn die grünen da kommt schon mal ein roter das ist ja mein Team grün scheint dann irgendwo in der Mitte zu stecken oder sind in ihrem Fach drin ok ich habe ein paar Blöcke mit die könnten wir eigentlich versuchen ich hoffe mal nicht dass die grünen hier irgendwo sind irgendwann hat hier was zerstört achso da oben ich Idiot wann bin ich denn nach oben gelaufen da hätte ich hier gar nicht hin müssen so Team grün na gucken das war Team ok wo sind jetzt die grünen das sollte doch Team grün sein ne oder bin ich jetzt blind oder bin ich jetzt blind warte den Schädel kann man das doch schlecht erkennen jetzt und zwar habt ihr euch versteckt das ist Team Grün denke ich mal das können die ja nur sein so das Bett von grün wurde vernichtet ok dann glaube ich weiß ich wo die sind da ist er schon das ist doch das Team jawoll da kommen die roten Team rot so da muss ich muss aber noch irgendwo ein grüner ne ein blauer ist noch übrig gut wo ist der blaue erstmal sehen wo wir den blauen finden hier so Leute wo ist blau falls ich nach da oben verschanzt es sollte doch eigentlich möglich sein den aufzutreiben hier wo ist der blaue ein blauer ist übrig und somit hätten wir dann auch gewonnen allerdings bin jetzt ganz oben aber ich sehe den blauen noch nicht das ist komplett zerstört weiß er auch nicht das ist mein Team gewesen wo sind sie denn überhaupt da kann ja nicht sein wo ist der blaue und laufen aber hier da kann ja nicht gehen der blaue muss irgendwo stecken ah Fallschaden Fallschaden jetzt bringt das Gold ja auch nichts mehr na wer schießt denn da das ist unser Team hier wo ist der blaue wo ist der blaue wo ist der blaue also da steht ein Team und da unten steht doch jemand mal gucken ist das hier vielleicht wo ist der letzte blaue hier das war ja das andere Team der gelb glaube ich das kann blauer hinten läuft noch ein roter Leute hoffentlich ist das der blaue kann ich von weitem gar nicht sehen ach echt dieser Fallschaden hier dauer nervt das wo sind sie zwei rote und der blaue hat sich da irgendwo für Chance bestimmt ok ok so die haben ja irgendwas versucht zu explodieren ok so wo scheint der blaue hier zu stecken der muss ja hier oben irgendwo sein rot rot irgendwo versteckt sich blau denn you have a mail message ja ja wir haben gewonnen cool den hätte ich nicht gesehen den letzten blauen ja ich hoffe es hat euch gefallen die runde und ja ich Kulau sage tschüss bis zum nächsten Video ciao